hallo ihr seht das hintergrundbild ihr wisst worum es geht es geht um die verlosung von april und da ist eine menge zu tun ich muss das so ein bisschen live machen weil ja es ist ein bisschen zeitdruck also wir fangen einfach mal an wer hat mitgemacht also erst mal dirt rallye 2 war ja noch einmal zu gewinnen der christian erb hat mitgemacht als einziger der bekommt das tombrider anniversary ist einmal verlost worden und der christian erb und nesjob nesjob und pommes haben mitgemacht das heißt also wir müssen verlosen eins ist christian ab zwei ist nesjob drei ist pommes live zwei nesjob machen wir mal ein sternchen hinten dran und die anderen beiden einfach mal weg weil wir haben es ja nur einmal simulacra haben wir zweimal zu verlosen und zwei teilnehmer der nick und der pavel von euch beiden habe ich auch jeweils die adresse schon beim christian erb weiß ich nicht da gucke ich mal nach ansonsten schreib es in die kommentare ich habe gerade was im auge das ist mit den vielen katzenhaaren hier leider nicht immer zu vermeiden so das war also zu dem choice bundle die zwei von mir einfach so reingehauen spiele tombrider und dirt rallye und simulacra haben also ihre abnehmer gefunden so dann kommt das down to earth bundle schoko tanami hat für fidget mitgemacht und der nick jetzt gucke ich ganz kurz mal fidget haben wir zweimal also kriegt ihr beide eure preise ganz wichtig schoko tanami du hast wieder gewonnen du hast deinen preis ich weiß gar nicht mehr was es war ich habe hier nur noch den key dort rallye 1 glaube ich war es hast du noch nicht beansprucht ich habe dir in die kommentare geschrieben dass du dich mit dem per e mail bei mir meldest einfach eine mail an meine e mail adresse leisten michael at gmail.com steht aber auch unter dem kommentar schreibe ich dir jetzt noch mal damit du deine keys auch bekommst ja weil wie gesagt figment hast du jetzt auch gewonnen ja zusammen mit dem nick schicke ich dir auch gerne zu aber melde dich bitte so abzu haben wir dreimal und wir haben wir zweimal und wir haben drei mitspieler natami luna wem was ist das denn da muss ich ganz kurz mal reinschauen kleinen moment ja nein das geht ja das war down to earth gucken wir doch mal machen ton weg wer hat mitgemacht doch wm at wm at gmail ja genau hat mitgemacht alles klar super dann haben wir also drei keys und zweimal das spiel so dann bleibts bei drei ich gehe nochmal auf generate die 1 dennig und ja noch mal der nick das ist quatsch und die natami luna von dir habe ich die kontaktdaten auch so weiter geht's juno haben wir auch drei teilnehmer und zwei keys das ist noch mal ach so ich muss ja gerade auch hier ja genau ich mache gerade ein paar sternchen damit ich dann nachher beim versenden der keys nicht durcheinander kommen so abzu haben wir eins und zwei also der nick und die natami und der wm at gmail leider nicht wäre sein erster preis wenn ich mich nicht täusche ich habe nämlich bis jetzt noch nicht gelesen so juno genau juno haben wir zwei mal und wir haben treiben mit den gucken wir doch da auch noch mal rein nummer eins natami hat noch mal gewonnen und und der pavl pommes diesmal nicht never alone haben wir zweimal haben wir auch nur zwei mitspieler und ich gucke mal schnell nicht dass ich dir was falsches sag never alone haben wir zweimal alles klar warte 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 juno haben wir nur einmal habe ich vergessen ich hatte es ja noch gar nicht es tut mir leid pavl die natami wurde zuerst gewählt dann wieder zurück pavl kriegt leider auch nichts ist war nur einmal da also dass die natami aber never alone kriegen natami und pommes weil das haben wir wirklich zweimal entschuldigung so dann das lego bundle ich mache gerade hier noch mal sterne bevor es zu viel verwirrungen kommt ich muss mir irgendwann mal ein professionelles system aussuchen lego lego worlds haben mitgemacht pommes und pavl haben wir nur einmal kriegt pommes jetzt ist ja pavl schon wieder leer ausgegangen das ist nicht gut aber er geht noch mit sicherheit er geht nicht leer aus keine angst weil lego batman 2 haben wir zweimal hat pommes und pavl mitgemacht beide kriegen es das erste mal pavl ist was dabei so und bei ninja go und avengers hat nur der pavl mitgemacht das haben wir auch beides genau einmal sind dadurch das war's also was verschicke ich jetzt ähm dirt rally 2 an christian erb den werde ich noch anschreiben tombrider anniversary kriegt der nesjob simulacra kriegen nick und pavl figment kriegt shogatanami wenn sie sich meldet hallo ähm und nick abzug kriegen nick und natami jono kriegt nur natami never alone kriegt natami und pommes lego worlds kriegt pommes lego batman kriegt pommes und pavl das klingt toll ninja go und avengers kriegt jeweils der pavl das war's fertig genau so und nochmal die ankündigung morgen dienstag der 4.5. ist live stream und zwar stream ich die spiele aus dem prime gaming wobei die noch nicht raus sind deswegen kann ich noch nicht genau sagen was das der bundle test kommt wahrscheinlich kurz vor dem stream ist ein bisschen doof aber was soll ich machen dabei kann ich aber dann auch entscheiden was kommt und das war's dann von mir mach's mal gut viel spaß mit den spielen so christian erb schreibe ich an und die scho ich sag's immer wieder falsch schoka schoka tanami schreibe ich auch wieder an und jo dann schauen wir mal danke fürs zuschauen und macht's auf jeden Fall gut ciao